Es ist auf jeden Fall eine große Herausforderung und auch eine echte Freude, hier sprechen zu dürfen, in diesem auch sehr elitären Kreis sein zu dürfen, meine Erfahrungen mit ihnen zu teilen. Und man muss dazu natürlich klar haben, dass die Möglichkeit jetzt hier zu stehen entspringt einer Entscheidung eines Rule Breakers bei uns im Verein. Und zwar der Manager Christian Heidel hatte den Mut, mich zum Bundesliga-Trainer zu machen. Vor vier Jahren, oder jetzt geht es in die vierte Saison, und zwar hat er, das war die Entscheidung von Christian Heidel, mich zum Cheftrainer zu machen, ohne dass ich ein einziges Bundesliga-Spiel selber gespielt habe, früher als Spieler. Das ist, denke ich, nach wie vor eines der Hauptmerkmale, wie diese Stelle in der Bundesliga besetzt wird. Und ich habe vorher keine Seniorenmannschaft trainiert, sondern ausschließlich in Nachwuchsleistungszentren. Das höchste, das älteste war eine U23, das ist, denke ich, das zweite Hauptmerkmal in der Besetzung bis heute einer Trainerstelle in der Bundesliga. Christian Heidel hat mit diesen Regeln total gebrochen. Ich bin jetzt 39 und gehe in das aktuell vierte Saison als Bundesliga-Trainer. Und man muss sich vorstellen, dass mein Manager im Aufstiegsjahr den Aufstiegstrainer entlassen hat, bevor die Saison begonnen hat. Weil elementare Dinge, also nicht wegen dem, was im Kicker steht, nicht wegen dem Ergebnis, sondern weil elementare Dinge in der Menschenführung nicht so gelaufen sind, wie er das für Mainz 05 haben wollte. So, die Herausforderung an der ganzen Geschichte, um das auch damit zu beginnen, ist die, dass meine Aufgabe für die Bundesliga-Mannschaft an einem Dienstag beginnt. Und am Samstag ist das erste Punktspiel zu Hause gegen Leverkusen. Also es gibt keine Vorbereitung, es gibt kein gemeinsames Trainingslager über zehn Tage. Dienstag, erstes Training, Samstag erstes Punktspiel. Die Mannschaft ist bereits ausgeschieden beim Viertligisten im Pokal. Also es ist ein idealer Zeitpunkt, um als absoluter No-Name mal auf die Bühne zu treten. Am Dienstag beginnt die Aufgabe mit einem Training und ich nehme Sie gleich mit in den Prozess. Wir gehen am Mittwoch auf Donnerstag in ein Kurztrainingslager, 100 Kilometer oder eine Stunde Busfahrt in ein schönes Hotel, weg von Presse, weg von Rummel. Wir müssen uns einfach mal kennenlernen, die Mannschaft kennt mich nicht. Ich war bis dahin nur ein Jahr im Verein bei der U19 als Trainer. Ich kenne alle vom Sehen. Ich habe Spiele beobachtet, als ich noch in der zweiten Liga gespielt habe, Gegner beobachtet, aber es gab keinen Kontakt. Wir müssen uns beschnuppern, ich möchte das unbedingt. Stellen Sie sich so vor, wir sind jetzt am Mittwoch im Hotel, wir fahren mit dem Bus dorthin. Wir wissen, wir trainieren am Mittwochnachmittag und am Donnerstagvormittag. Und am Mittwoch gibt es die erste Mannschaftssitzung bei Kaffee und Kuchen, bevor wir dann auf den Platz gehen. Und ich stelle am Flipchart, handgeschrieben, die wichtigsten Regeln, meine, mir wichtigsten Regeln vor für unser zukünftiges Miteinander. Da kommen wir auch später nochmal dazu. Da gebe ich Ihnen dann einen Einblick, was das für Regeln sind. Dann gehen wir raus zum Trainieren. Im Nachmittagstraining ist nicht viel. Wir beschnuppern uns alle nach wie vor. Und dann ist die Ansage des Trainers, 19.30 Uhr, Abendessen. Weil ich natürlich auch tierisch nervös bin. Ich habe keinen Co-Trainer. Ich stehe da alleine und war vor zwei Tagen noch bei meiner A-Jugend. Und denke mir, okay, da sind manche Spieler älter als ich. Und sage ich, okay, halb acht bin ich natürlich um zehn vor halb acht in dem Essenssaal. Weil ich halt alles will, nur nicht zu spät sein. Und habe nichts organisiert. Es gibt einen großen Betreuerstab. Da sind die Tische eingedeckt. Und als ich um zehn vor halb acht komme, kommen mir die Ersten aus dem Essenssaal entgegen. Dann habe ich mich da hingesetzt. Und dann habe ich abgewartet bis halb acht ist. Und dann um halb acht ungefähr waren auch alle da. Oder waren schon da gewesen. Auf jeden Fall hat jeder gegessen, wie er wollte. Ein paar waren schon wieder weg. Und okay. Dann gab es das nächste Training am Donnerstagvormittag. Und ich habe gesagt, wir essen nach dem Training um 12.30 Uhr. Aber ich habe noch eine Anmerkung. Ich möchte in Zukunft, ab sofort, haben wir nicht darüber gesprochen, alle essen um 12.30 Uhr geht es los. Um Punkt 12.30 Uhr. Und ich sage, guten Appetit. Und dann geht es los. Mir wichtig. Alles klar, ich gehe wieder runter. 12.30 Uhr. Es geht alle da, pünktlich warten. Trainer steht auf, sagt, gut, wir sind alle da, pünktlich. Super, guten Appetit. Bitte schön. Ich hatte, Sie müssen sich vorstellen, Buffet bei einer Bundesliga-Profimannschaft hat alles. Von der Suppe zur zweiten Suppe, zum hellen Fleisch, zum Fisch, gegrillt, zum drei Nachtische, alles hochwertigst. Da kann man eine Weile dran essen. Und wirklich, ich hatte die Suppe noch nicht aufgegessen. Da war die halbe Mannschaft weg. Die Teller waren aufgehäuft. Da war die Vorspeise drauf, die Hauptspeise drauf, der Nachtisch drauf. Das wurde geschaufelt und die halbe Mannschaft war weg, die Tische. Da saßen noch drei, da saßen noch zwei. Ich dachte, was ist hier los? So geht es nicht. Also gut, dann war, ich war U19-Trainer. Ich wollte auch auf keinen Fall jetzt, aber trotzdem, das musste geändert werden. Wir fahren also nach Hause, sind am Freitag dann, am Samstag ist Spiel. Wir sind jetzt schon beim Freitag, es war unser letztes Essen. Danach im Bus nach Hause fahren, Freitag Training. Und wir gehen ins Hotel, vor jedem Heimspiel gehen wir ins Hotel, essen zu Abend gemeinsam. Das ist ein ganz normaler Ablauf in der Bundesliga. Und am Samstag laufen Einzelgespräche, Gruppengespräche, bis wir zusammen ins Stadion fahren, also auch bei Heimspielen. Wir sind also jetzt am Freitag, mein dritter Tag. Und es ist Training am Clubgelände. Und ich sage, okay, wir treffen uns dann im Hotel um halb acht, im Essensal. Es ist mir echt peinlich, dass wir jetzt zum dritten Mal über das Essen sprechen. Aber ich habe noch eine Bitte. Und das ist wirklich so, ich habe noch eine Bitte. Ich möchte, dass wir pünktlich beginnen, aber wir essen in Zukunft 20 Minuten gemeinsam. Haben die so akzeptiert. Und das war also der Beginn, die erste Regel. Tatsächlich, der Anfang war gemacht. Also der Trainer, der Anfang war gemacht. Wir sitzen mittlerweile, ob Sie es glauben oder nicht, es geht auch um diese Dinge, denke ich, bei den Regeln. Wir sitzen mittlerweile in einer Selbstverständlichkeit. Sitzt die Mannschaft 40, 45 Minuten beim Essen. Gemeinsam, wir sind immer 18 Spieler, an zwei Neunertischen sitzt die Mannschaft. Mittlerweile steht die Mannschaft, die Neunertisch, erst auf, wenn der Letzte dort fertig gegessen hat. Das hat sich ohne Traineransage entwickelt. Und der Trainer ist glücklich, denn das Grundprinzip einer Gruppe, Anstand, Respekt, gegenüber dem Essen, Zeit mitnehmen, miteinander reden, haben wir hinbekommen in den ersten. Es waren drei Anläufe nötig, aber wir haben es geschafft. Davon weg von dieser ersten Woche, denke ich, dass wir in der ersten Saison, dann kann ich heute jetzt im Rückblick auch sagen, zum Vorreiter wurden, Denkmuster, sportliche Inhalte aufzubrechen. Also ganz verkrustete Denkmuster, die auch ganz Fußball-Deutschland betreffen und die auch alle Experten betreffen, die über Fußball sprechen. Wir haben in der ersten Saison in der Bundesliga mit unterschiedlichen Systemen gespielt. Für alle, die jetzt nicht so, wir haben zehn Feldspieler zur Verfügung und einen Torwart, den haben wir nicht geändert, der Torwart bleibt. Aber diese zehn Feldspieler können Sie in unterschiedlichsten Anordnungen aufs Feld stellen. Da gibt es halt ein klassisches 4-4-2, da gibt es eine Raute, da gibt es 3-5-2, wie auch immer. Es gibt halt unterschiedliche geometrische Muster und alles hat seine Vor- und seine Nachteile. Und glauben Sie mir, ich habe bis dorthin, bis ich Bundesliga-Trainer wurde, in dem gleichen Denkmuster gelebt bei all meiner Trainererfahrung über bis dahin auch, glaube ich, muss ich kurz überlegen, sieben oder acht Jahre war ich da schon Trainer. Man muss ein System spielen und das System möglichst gut und das muss sich automatisieren und da muss man sich drin einspielen und richtig gut werden. So, wir sind da der Vorreiter geworden in der Liga. Ich möchte Ihnen nur sagen, wie ist das entstanden? Das ist nicht aus Selbstzweck entstanden, das ist aus einem Gefühl entstanden der Unterlegenheit. Wir hatten, wir im Trainerteam hatten das Gefühl, wir sind aktuell überhaupt nicht konkurrenzfähig. Weder im Mannschaftsgeist, noch in der körperlichen Fitness, noch in der mentalen Ausprägung, noch in der taktischen Finesse und schon gar nicht in der individuellen Qualität. Also, was machen? Gegner schauen, Gegner schauen, Gegner schauen, was machen die, wie spielen die? Jedes Wochen, jede Woche und jede Woche. Den Gegner analysieren, analysieren von DVD, vorspulen, rückspulen, vorspulen, rückspulen, schneiden, schneiden, schneiden und dann haben wir den Gegner gespiegelt. Also, die geometrische Figur des Gegners versucht zu antizipieren, denn die haben alle im alten Denkmuster gespielt. Einmal 4-4-2, immer 4-4-2. Das war nicht schwer rauszukriegen und zu beobachten. Und wir haben es, ja, wir haben es gespiegelt. Das heißt, da wird dann gegen ein 4-2-3-1, passt am besten in 4-1-4-1. Und wieso? Damit wir unsere defensiven Abläufe, wenn der Gegner den Ball hat, gespiegelt jeder seinen Ablauf glasklar hat, weil auf jedem Raum steht schon ein Gegenspieler, den wir attackieren können. Und wir können handeln, wir wollten unseren Spielern ein Gerüst mitgeben, eine Hilfe, eine Hilfe, wie wir ohne nachzudenken, ohne darüber grübeln zu müssen, intuitiv handeln können und defensiv Zugriff bekommen, um Zweikämpfe zu führen. Denn das wollten wir tun, um unbequem zu sein und uns so auch ins Spiel zu finden. Das heißt, wir haben dieses Muster entwickelt, diese unterschiedlichen Spielsysteme entwickelt, um der Mannschaft zu helfen, um ihr zu helfen, im Tun zu bleiben, im Handeln zu bleiben, um Flow herzustellen, aufzugehen in der zehntel Sekunde und nicht darüber nachzudenken, wer muss jetzt hier noch mal attackieren, bin ich das oder bin ich das schon zu spät? Auf diesem Niveau Bundesliga schon zu spät. Und das hat sich dann weiterentwickelt über auch Spielglück, über Ergebnisse, über Erfolgserlebnisse, über, dass jeder Trainer braucht, glaube ich, einfach das Quäntchen Glück, der Innenpfosten und der Außenpfosten über Ergebnisse, haben wir das weiterentwickelt und die Systemumstellungen, die Offenheit meiner Spieler, gepaart mit der noch Sturheit oder mit der noch, sagen wir mal, Eingefrorenheit, der Denkmuster der Gegner, hatten wir einen Wettbewerbsvorteil und haben das ausgebaut zu einem gewissen Etwas. Es war unser Wettbewerbsvorteil über zwei Saison. Und bis heute ist das aktuell möglich, dass wir unterschiedliche Systeme spielen. Es ist aktuell in der jetzigen Saison, wir haben drei Spiele, wir haben nur einen Punkt geholt, es ist in dieser Saison und auch schon in der letzten Saison gereicht uns diese Flexibilität, dieser Wettbewerbsvorteil im Moment zum Nachteil. Und wieso, sage ich Ihnen nachher ganz ehrlich, wieso ich das aktuell so fühle, sage ich Ihnen nachher. Bleibt mal schnell bei dem Vorreiter für sportliche Inhalte, für Denkmuster aufzubrechen. Wir haben die Denkmuster meiner Spieler bezüglich der Spielsysteme aufgebrochen, aber wir haben sie total aufgebrochen bezüglich ihren Verhaltensweisen. Also ich gebe Ihnen auch da ein Beispiel. Die Mannschaft hat in den ersten Spielen, die wir gemacht haben, Trainingsspielen, extrem häufig, das Fußballfeld haben Sie vor Augen, dieses Rechteck und die Mitte ist extrem verdichtet, auch in der ersten Bundesliga. Also versuchen viele Mannschaften sehr früh über den Flügel den Durchbruch zu schaffen und nach vorne zu spielen. Jetzt hat meine Mannschaft extrem früh nach außen gespielt, quer, und hat dann versucht, an der Linie entlang, Longline, flach, unsere Angriffe auszulösen. Das war für uns ein absolutes No-Go. Wir wollten im Umkehrschluss den Gegner dazu zwingen, bis heute Longline, flach zu spielen, weil es unserer Meinung nach der ideale Pass ist, um selber eine Balleroberung aktiv zu erzwingen. Also meine Mannschaft hat ein Denkmuster, wir spielen nach außen und wir spielen Longline, flach. Das ist sicher, das ist bequem und soll der vorne gucken, was er macht. Ich habe damit nichts zu tun. So. Was haben wir gemacht? Wir wollten das nicht haben, wir wollten diagonal flach haben und zwar diagonal von hinten nach vorne und von vorne weiter nach vorne ins letzte Drittel. Wir haben einfach die Ecken unserer Felder abgeschnitten. Also das heißt, wir haben trainiert auf zwei Tore und das Feld, müssen Sie sich vorstellen, da war das Tor und dann waren vielleicht noch seitlich vom Tor die normale Seitenlinie und dann gab es keine Ecke, sondern es ging diagonal weg. Wir haben in einer Raute gespielt, in einem diamantförmigen Spielfeld haben alle unsere Spiele stattgefunden. Und wieso? Weil das unser Prinzip war. Diagonal flach ist bis heute ein Spielprinzip von Mainz 05 oder von mir, meinem Trainerteam und der Mannschaft. Und wir zwingen dadurch unsere Spieler in dieses Prinzip, aber wir erhalten in den Leitplanken, die das Feld vorgibt, ihre maximale Kreativität. Also es gibt keine Vorgabe, wie er in diesem diamantformenden Spielfeld klarkommt. Und das wollen wir auch gar nicht, denn das verändert natürlich meine Coaching-Rolle extrem. Ich wollte, und bis heute möchte ich das nicht. Ich möchte nicht derjenige sein, der bei jedem Longline-Pass nach vorne in die Triller pfeift und sagt, nein, wie oft habe ich dir gesagt, du sollst diagonal, das will ich überhaupt nicht sein, das nutzt sich ab. Nein, dann schneide ich einfach das Feld ein, dann brauche ich diesen Zuruf, diese Unterbrechung brauche ich nie mehr machen. Ich kann ihn beobachten, wie er in diesem Raum klarkommt und ich kann ihm helfen, besser klarzukommen, dann bin ich sein Unterstützer. Im anderen Fall bin ich sein Kritiker und der, in dem er es nie recht machen kann und so weiter. Das verändert meine Coaching-Rolle in der Art und Weise, wie ich sie unbedingt haben wollte und bis heute haben möchte. Diese Trainingsmuster, diese Verhaltensweisen sind bis heute geblieben. Die haben wir erweitert, aktualisiert über neueste Erkenntnis der Gehirnforschung. Die damit einfließen. Das bedeutet, wir trainieren unendlich viele Wiederholungen, aber wir trainieren niemals einschleifend. Es gibt keine einschleifende Passmuster von A nach B, von B nach C, von C nach D und dann zur Flanke zum Tor. Nein, es gibt aber Wiederholungen. Es wird immer alles trainiert. Wir sind völlig weg aus dem Denkmuster. Drei Monate X, drei Monate Y, drei Monate Z und im letzten Quartal das. Wir trainieren immer alles vom ersten Training bis zum letzten Training der Saison. Wir trainieren in extrem verengten und veränderten Räumen, diamantfarbenes Spielfeld. Wir trainieren im Kreis. Wir trainieren auf 18 Meter Spielfeldbreite mal 75 Meter Länge auf zwei Tore. Wir trainieren auf 30 Meter Länge, aber 70 Meter Breite auf zwei Tore. Wir haben bis heute kein einziges Training auf dem ganzen Trainingsfeld elf gegen elf gespielt. Keines. Wir versuchen erst gar nicht, das Spiel vom Samstag zu kopieren, denn es wird uns nicht gelingen. Das bedeutet, was mir dabei wichtig ist, dass wir, wir wurden im Trainerteam, also auch da, wir versuchen dort Flow herzustellen. Wir versuchen, die Spieler im Handeln zu halten. Wir versuchen sie in unzählig viele Situationen, Wiederholungen zu bringen, um selber die Lösung für sie, für die Situation hervorzurufen, selber zu entwickeln und im Spiel hoffentlich wiederzuerkennen. Wir im Trainerteam wurden dadurch Rule Breaker mit Sicherheit, aber ohne es zu wissen, kann ich Ihnen hier versichern, ohne es zu wissen, ohne es darauf anzulegen und ohne es zu wollen. Wir waren, ich würde sagen, wir Trainer waren im Flow. Was kann uns jetzt helfen, im Gefühl der Unterlegenheit? Was kann jetzt helfen der Mannschaft? Und das waren die Prozesse, die dadurch in Gang getreten sind. Ich habe mich oft genug erschrocken, um 15.05 Uhr bei Sky, unten am Spielfeldrand, Herr Tuchel, Sie haben heute wieder sechs unterschiedliche Spieler auf dem Feld und Sie haben wieder eine neue Grundordnung. Und da habe ich gedacht, was? Sechs? Wer? Wer? Ich sage, das war wirklich so, das ist bis heute so. Wieder vier Änderungen. Ich denke, was? Vier Änderungen? Wer? Wieso? Das ist doch eine gute Aufstellung. Das gibt es doch gar nicht. Ich kann Ihnen erzählen, wir saßen einmal im Bus zum Auswärtsspiel von Werder Bremen in der Saison, in der wir den Bundesliga-Startrekord gebrochen haben mit sieben Siegen in der zweiten Saison. Wir haben eine Aufstellung gemacht und es ging nach dem, wir waren im Flow, die Trainer waren im Flow, Werder Bremen analysiert, wen brauchen wir dazu, welche Grundordnung, was machen wir, wo liegt der Vorteil, welcher Spieler könnte den Unterschied machen gegen den anderen Spieler. Wir sitzen im Bus, alles ist erledigt, so die Phase für den Trainer, alles ist gemacht, wir sitzen nach der zweiten Besprechung, Aufstellung ist bekannt gegeben, ich setze mich im Bus, jetzt geht es zehn Minuten zum Stadion, dann kommt mein Manager und sagt zu mir, es ist vierter Spieltag, wir haben schon drei gewonnen, vierter Spieltag. Dann sagt mein Manager von der Reihe, da sitzt mein Co-Trainer und ich und da sitzt der Manager auf der Fahrt. Dann sagt er, ey, aber sechs Änderungen, meinst du nicht, ist ein bisschen viel, sag mal ey, ich glaube in Mainz sitzen sie in den Lokalen und haben gar keine Ahnung mehr, wie wir spielen. Und er hat das wirklich nett gemeint und überhaupt nicht kritisch, aber ich habe ganz ehrlich zu meinem Co-Trainer gesagt, hier war erst ruhig, und dann habe ich gesagt, sag mal, ist das zu viel, haben wir gemacht, aber das ist doch eine gute Aufstellung, oder? Also wir haben das selber, niemals als Mittel zum Zweck gemacht. Ich habe Ihnen gesagt, dass dieser Wettbewerbsvorteil mittlerweile uns zum Nachteil gereicht und das meine ich, in der jetzigen aktuellen Situation habe ich das Gefühl, dass meine Mannschaft und meine Spieler das war's, was von mir kommt, die Systematik, die Taktik, die Trainingslehre zu hoch hängt. Obwohl immer klar kommuniziert ist, seit über drei Jahren, auch klar von mir an meine Mannschaft kommuniziert ist, dass wir das wie vom was glasklar unterscheiden. Ich übernehme jede Verantwortung für das was, was wir spielen, was für Regeln hier gelten, welche Grundordnung, welche Aufstellung, dafür übernehme ich die Verantwortung, aber das wie, das wie liefern die Spieler, das wissen die Spieler und das wie ist der entscheidende Klebstoff, der das ganze Ding zusammenhält, vor allem im Mannschaftsleistungssport. Das ist klar kommuniziert, das wie entscheidet über Erfolg, das wie entscheidet über Sieg und Niederlage und nicht das was. Und mittlerweile über die Erfahrung auch der Mannschaft, sagen wir mal, die unterschiedlichen Grundordnungen, die Flexibilität unseres Wettbewerbsvorteils, hat sich aus meiner Sicht ein Bewusstsein, das ist schon eine längere Zeit, das begleitet uns durch die letzte komplizierte Saison, und bis heute ein Bewusstsein entwickelt, dass meine Mannschaft ihr Glas mit dem wie nicht mehr voll macht, weil sie unterbewusst, nicht in böser Absicht denkt, ach der Trainer, die gießen uns das schon voll mit dem was. Die erzählen uns, dass sie machen noch eine Analyse und dann erzählen die uns, wo die anderen schlecht sind und dann machen wir noch eine neue Grundordnung und dann ist das Glas voll. Ich glaube, ohne dass sie es wissen und ohne dass sie es meinen. Aber das wie kann niemals mit dem was, wir können das zum Überlaufen bringen, um mal ein Bild zu benutzen, aber wir können es nicht auffüllen. Und das ist im Moment ein Nachteil, der uns daraus entstanden ist und mit dem wir jetzt umgehen müssen. Es ist auf dem Niveau, auf dem wir jetzt Fußball spielen, in meiner Überzeugung, ein ganz klares Players Game und kein Coaches Game. Es ist ein Coaches Game bei der U15, es ist bei den 16, 17, 18-Jährigen absolut ein Spiel, das vom Coach gewonnen und gesteuert wird und entscheidend beeinflusst wird. Aber auf diesem Niveau mit der Spielerfahrung und dem Talent aus meiner Sicht ein klares Players Game und die Rolle von mir, die Rolle des Trainerteams ist eine Dienstleisterrolle. Wir sind die Dienstleister. Wir unterstützen und helfen. Das ist klar kommuniziert und es ist aktuell unsere Aufgabe und zuletzt gestern auch passiert vor der Mannschaft, unsere Spieler ganz klar aufzufordern, klar aufzufordern, diese Verantwortung für das Wie wieder zu übernehmen im kompletten Ausmaß und in der ganzen Ausprägung, wie es möglich ist. Eine klare Aufforderung, denke ich, ist unsere Aufgabe, ohne sie dabei allein zu lassen, ohne sie dabei allein zu lassen, sondern im Gegenteil, sie dabei dann wieder zu unterstützen. Rule Breaker, um den Begriff einfach nochmal aufzunehmen, haben auch Regeln. Ich habe Ihnen gesagt, meine erste, allererste Sitzung mit der Mannschaft war ein Flipchart mit den Regeln, wie die ich die für mich elementar sind im Zusammenleben zwischen mir und der Mannschaft und einer Mannschaft für sich. Diese Regeln sind erweitert, ausformuliert, zum Teil erweitert worden auch durch die Mannschaft, zum Teil sind die auch von mir bestehen geblieben, weil mir das extrem wichtig ist, aber die sind erweitert worden selbstständig durch die Mannschaft in Diskussionsrunden, wirklich in Arbeit auch mit ihr und sind verschriftlicht an der Wand, im Schaubild, sind diese Regeln verschriftlicht, diese Regeln für unser Miteinander im Aufenthaltsraum, in dem sich die Spieler wahrscheinlich noch mehr aufhalten als in ihrer Kabine in unserem Trainingszentrum. Da geht es darum, wie wir uns begrüßen, ist dort verschriftlicht. Wir begrüßen uns mit Handschlag und das beginnt beim Trainer. Der Trainer hat gute Laune und schaut dem Spieler in die Augen und vermittelt ihm mit seinem Handschlag nicht, ja, schön, dass du, sondern schön, dass du da bist, ich freue mich, wir trainieren gleich. Das beginnt beim Gegner. Das ist eine Regel unseres Miteinanders. Wir gehen aufeinander zu, wir geben uns die Hand, schauen uns in die Augen und freuen uns, aufeinander gleich zu arbeiten. Wie sind wir da? Jetzt sind wir ja erstmal körperlich da. Wie sind wir da? Die Befindlichkeit, habe ich gesagt, mit guter Laune, mit einer Offenheit. Wir haben eingeführt, seit dieser Saison, ein Buch ausliegen, in dem sich jeder Spieler einträgt. Dieses Buch verschwindet 45 Minuten vor Trainingsbeginn durch Trainerhand. Das wissen die Spieler, bis 45 Minuten vor Trainingsbeginn muss sich jeder dort eingetragen haben. Es gibt keine Ausnahmen. Ich war da, ich hatte es nur vergessen. Ich war schon beim Physiotiper, ich war noch im Ärzteraum. Jeder trägt sich dort ein, wer sich nicht einträgt, zahlt 50 Euro, dann nach 100 Euro, danach 150 Euro und so weiter. Mit dieser Unterschrift wird, auch das ist verschriftlich die Regel, unterschreibe ich meine körperliche und geistige Anwesenheit. Ich bestätige meine geistige Anwesenheit und unterschreibe, dass ich Willens und Lust darauf habe, mich gleich zu messen, im Training da zu sein und das ernst zu nehmen. Es ist mittlerweile von den Spielern selbst initiiert, von mir angeregt und selbst initiiert ein Handyverbot, von mir angeregt in der Kabine und unbedingt gewollt ein Handy- und iPad-Verbot im kompletten Trainingstrakt von Mainz 05, von den Spielern selber ausgeweitet. Es gibt keine Revanche-Fouls bei uns im Training. Es gibt keine abwertenden Handbewegungen, den hier, den hier, den hier. Es gibt keine Widerworte gegenüber Trainerstab und das betrifft den Torwart, Athletiktrainer genauso wie den Cheftrainer. Keine Widerworte auf dem Trainingsplatz. Wir können gerne danach uns darüber halten, aber auf dem Trainingsplatz gibt es keine Widerworte. Wir trainieren mit absolut, dabei ohne diese genannten Dinge, mit absoluter Schärfe im Training. Wir trainieren, wie wir spielen. Diese Regel ist verschriftlicht an der Wand. Die ist verinnerlicht. Alle Hospitanten, alle Hospitanten, die bei uns Trainer-Hospitanzen ableisten, U21-Trainer aus Israel, Nationaltrainer Slowenien, Trainer, die in der Ausbildung sind zum Fußballlehrer in Deutschland. Alle bestätigen uns, dass sie kaum eine Mannschaft in Deutschland vielleicht keine kennen, die so scharf trainiert, so intensiv Zweikämpfe führt, so fair miteinander umgeht. Diese Rückmeldung hole ich mir immer wieder von den Leuten, die unsere Regeln nicht kennen, denn der Trainer-Trakt ist etwas abseits. Wenn ein U21-Trainer aus Israel zu mir sagt, nach drei Tagen, die er bei uns zuschaut, und ich sage, sag mir sofort, was dir auffällt. Und er sagt, es gibt keine Gruppen. In einer Phase, in der wir neun Wochen nicht gewonnen haben, kam er zu uns, hat gesagt, ich kann es nicht glauben, dass diese Gruppe neun Wochen nicht gewonnen hat, dass sie so viel misserfolgt hat. Ich sehe keine Gruppe, ich sehe keine Grüppchenbildung, ich sehe keine abwertende Handbewegung, ich sehe kein Foul, ich sehe kein Nachtreten, ich sehe kein Motzen, ich sehe Training auf höchstem geistigem und körperlichem Niveau. Ich habe was ganz anderes erwartet, dann wissen wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind, weil das sind Regeln, die, und wenn das auffällt, Dritten auffällt, ohne es zu wissen, dann bin ich grundsätzlich sehr zufrieden, weil das mir extrem wichtig ist. Vor dieser Saison, um die auch immer weiter zu erweitern und anzupassen, haben wir Inspiration gesucht, auch für unsere Regeln, Inspiration für Neues und haben auch da das als Einsicht für Sie, das sind, es gibt, glaube ich, keinen Journalisten, der über diese Regeln Bescheid weiß und dass die verschriftlich sind, also das sind auch intime Informationen und Einblicke, die ich Ihnen gerne geben möchte. Wir gehen damit nicht hausieren. Wir haben vor dieser Saison, müssen Sie sich vorstellen, wir haben einen Frühstücksraum und da hat unser Zeugwart, unser Mädchen für alles, hat bei Dienstag, Mittwochs, das Vormittags Training und sonntags auch, der hat dann ein Frühstück bereitgestellt. In der Qualität, das war so la la, das war nichts Gescheites, das konnte sein, da gab es ein Fleischwurstbrötchen, irgendwie eine Stunde vor dem Training. Wir haben uns Inspiration geholt, ich sage Ihnen gleich woher. Im Moment ist es so, dass wir Dreiergruppen gebildet haben diese Saison. Drei Spieler kaufen eine Woche lang das Frühstück für alle. Wir haben einen Einkaufszettel erstellt, was dürft ihr kaufen, was dürft ihr nicht kaufen, wie heißen die Brötchen, aus welchem Mehl sind die, ist es das Müsli, welcher Joghurt ist erwünscht, welcher ist nicht erwünscht, welches Obst, welches Obst nicht. Einkaufsliste, drei Spieler, ihr seid verantwortlich. Wir haben uns Inspiration geholt, ab morgen bin ich dran, ich mit meinem Trainerteam, selbstverständlich sind die Trainer mit dran, der Athletiktrainer, der Co-Trainer und der Trainer, haben morgen, Mittwoch und Sonntags in dieser Woche Frühstücksdienst. Das muss laufen, wir müssen zum Einkaufen gehen und bringen das gerne ein. Wir haben uns umgeschaut, bei den Besten der Besten, wir haben uns umgeschaut, eingelesen, Erfahrungsberichte, eingeholt beim FC Barcelona, bei Dirk Nowitzki und beim THW Kiel. Die Besten der Besten aus Fußball, Basketball und Handball und auf was wir immer wieder stoßen, ist Bescheidenheit, Bescheidenheit, Bescheidenheit gegenüber diesem herausragenden Talent, die Bescheidenheit zum einen, Höchstleistung, das als Verpflichtung zu sehen, Höchstleistung zu bringen mit diesem Talent und das Zweite, die totale Bereitschaft, demütig eine Rolle in der Mannschaft zu akzeptieren. Beim THW Kiel schmieren Olympiasieger, Goldmedaillengewinner, Weltmeister, mehrfache Weltmeister, Champions League Sieger, schmieren am Samstagvormittag die Brötchen im Bus bei der Auswärtsfahrt zum Auswärtsspiel. Die haben die gekaufte Schmieren, die für die ganze Gruppe, sind natürlich nur zehn Leute, sind ein bisschen weniger bei uns. Wieso also nicht bei uns, wenn bei den Besten der Besten, wieso nicht bei uns. Und wenn ich dann in dieser Saison, ist das die neue Regel. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn wir acht Wochen Vorbereitung haben und wir sind als Erste da und das gehört sich auch so, das Trainerteam sind als Erste da und ich stehe um acht, um zehn Uhr ist Training und ich stehe um acht Uhr 15 im Kabinentrakt, weil ich mit den Physiotherapeuten kurz besprochen habe, wer einsatzfähig ist und dann höre ich einen Scheppern und einen Scheppern und ich denke, das ist ein Einkaufswagen, wahrscheinlich der Zeugwart, der die Klamotten von der Wäschekammer an den Spielern an ihr Fachbring zusammengelegt und so weiter, das gibt es ja alles bei uns und es soll ja auch so sein, dann höre ich einen Einkaufswagen und dann biegt um acht Uhr 20 mein Spieler Nikolai Müller mit einem Grinsen um die Ecke voller Einkaufswagen mit Joghurt, Obst, alles drin und hat gute Laune dabei, den Kühlschrank einzuräumen, dann geht mir persönlich das Herz auf, weil ich mir denke, ey, da sind wir aber auf einem guten Weg. Ja, jetzt haben wir nur einen Punkt nach drei Spielen, also hat uns jetzt erst mal nichts gebracht, aber wir sind trotzdem auf einem guten Weg im Miteinander, 100% bin ich davon überzeugt und wenn sich Spieler am Samstagnacht in der Rückkunft von einem Auswärtsspiel in Metz, in einem Freundschaftsspiel, um, ich weiß nicht, um 0.30 Uhr darüber hinten austauschen, wer die nächste Gruppe ist und dass man doch für morgen noch irgendwie einen Bäcker auftreiben müsste, um die frischen Brötchen zu haben, dann geht mir das Herz auf, wenn das die Themen sind, über die sich die Gruppe unterhält und da zwei oder ein tschechischer Nationalspieler mit Weltmeisterschaftserfahrung dann rausquält, obwohl er echt spät nach Hause kommt und um halb eins in der Nacht, obwohl er so hinten im Bus lag bei der Rückfahrt, sich die Mühe macht, mitten in der härtesten Vorbereitungsphase, die Mühe macht zu denken, komm, ich hau mir jetzt nicht ab über den Parkplatz und sag, ja, okay, ich wusste ja nicht, wer auf dem, die Gruppe war noch nicht eingeteilt, sondern hingeht und sagt, ich war noch nicht dran, die Gruppe ist noch nicht eingeteilt, ich mache das morgen, dann sind wir meiner Meinung nach auf einem Weg, der eine Gruppe wirklich nachhaltig zusammenfassen kann. Jetzt spreche ich noch kurz über das Vergessen. Wir waren erste Saison neunter, weil das ja auch Thema ist, wir waren erste Saison neunter, bester Platz für Mainz 05 aller Zeiten in der ersten Liga. So, dann kamen die ganzen Experten und das kennen Sie alle, die Regel, der Aufsteiger, zweite Jahr ist das schwerste. Zweite Jahr ist das allerschwerste. Zweite Jahr steigen Sie alle wieder ab. Im zweiten Jahr Bundesliga-Startrekord, sieben Siege in Folge eingestellt, Bundesliga-Startrekord von Bayern München eingestellt, am Ende fünfter Platz. Natürlich beste Platzierung, Mainz 05 und Europa-League-Qualifikation. Da gab es auch eine ganz lustige neue Regel, weil der Kicker hat dann irgendwie der Chefredakteur gesagt, ja, zu Thomas Tuchel als Trainer, ja, ganz nett, aber im dritten Jahr muss er beweisen, ob er ein guter Trainer ist. Dritte, das nur als Randnotiz. Dritte Saison, letzte Saison, drei wichtigsten Spieler, Spielentscheider abgegeben, zwei extrem wichtige Spieler über ein halbes Jahr verletzt, fünf Spieler müssen wir ersetzen, zehn Neuzugänge, komplett neue Gruppe, müssen in der Euroleague-Qualifikation gegen die rumänische Mannschaft aufs Medias spielen, die keiner kennt, wir auch nicht bis dahin, muss man ganz klar sagen. Wir spielen in Mediasch das Rückspiel, wir haben am Ende des Tages 46 zu vier Torschüsse und verlieren im Elfmeterschießen in Mediasch. Noch bevor die Euroleague beginnt, sind wir ausgeschieden. Ich sitze am Flughafen, ich werde das nie vergessen, wir warten auf unsere Maschine, um nach Frankfurt-Hahn zu fliegen übrigens. Wir warten, wir sitzen und ich habe noch nie eine Mannschaft so leer und so enttäuscht gesehen wie meine Mannschaft. Ich habe mich umgeschaut, ich habe selber auch kein Wort gesagt. Es war, ich werde diese Gesichter nie vergessen, es war alles leer. Das Problem an der Sache war, es war Donnerstag um 23 Uhr, wir sitzen in Mediasch, in the middle of nowhere am Flughafen, wir sind leer, K.O. Es ist Donnerstag 23 Uhr, am Samstag um 15.30 Uhr geht die Saison los vor ausverkauften neuen Stadion gegen den Vizemeister Bayer Leverkusen. Ganze Flug, ganze Fahrt von Hahn nach Mainz, ganze Nacht wach gewesen und überlegt, was können wir tun in dieser Verfassung, brauchen wir nicht antreten, es ist nicht möglich. Wir haben die Regel gebrochen, eine Gewohnheit gebrochen, die Mannschaft hat die Videoanalyse erwartet am nächsten Morgen, weil das der Normalfall ist, dass wir Videoanalyse vom Spiel machen, inhaltlich, was haben wir gut gemacht, was haben wir schlecht gemacht. Wir haben sie zusammengeholt in unserem Videoraum und ich lese Ihnen jetzt das Zitat vor, das haben wir dann an die Wand geworfen. Ich habe in meiner Karriere 900 Würfe daneben geworfen, ich habe fast 300 Spiele verloren, 26 Mal wurde mir der alles entscheidende Wurf anvertraut und ich habe ihn verfehlt. Ich habe immer und immer wieder versagt in meinem Leben und daher wurde ich so erfolgreich. Kennt denn jemand das Zitat? Nein, das ist Michael Jordan. Also der erfolgreichste Mannschaftssportler, der glaube ich als einziger alleine für Mannschaftserfolg gesorgt hat, hat diesen Satz gesagt, ich habe immer und immer wieder versagt und wurde deshalb so erfolgreich. Das haben wir ihn hingeworfen, wir haben danach fünf Minuten lang Bilder von Michael Jordan gezeigt, von seinen Trophäen, von seinen... Wir haben Ihnen damit gezeigt und vermittelt, dass es dazugehört, so beschissen es sich für uns anfühlt und so bitter es ist, es gehört zu diesem Spiel, dass wir versagen, dass wir als Versager abgestempelt werden, dass wir Spiele verlieren, dass wir bitterste Momente haben, um uns weiterzuentwickeln. Wir haben auch dadurch, glaube ich wirklich unbescheiden sagen zu können, auch durch diese Herangehensweise eine Verfassung, die Mannschaft in eine mentale Verfassung gebracht, um zwei Tage, einen Tag später, es war Freitagmittag, wir haben erst mal ausgeschlafen, alle zum Schlafen geschickt, um Freitag, um Freitagmittag, um am Samstag Leverkusen zu Hause im neuen Stadion 2-0 zu schlagen. Wir können nicht verschweigen und wollen gar nicht verschweigen, dass die Situation danach, die Saison extrem kompliziert wurde und Platz 13 war in letztem Jahr, unsere schlechteste Platzierung und sie war immer geplagt, auch von Abstiegssorgen, waren kurz vor dem Abstiegsplatz und so weiter. Aber bis heute werden wir an dem gemessen, wir sind beim Thema vergessen, an dem gemessen, was wir vor allem in der Saison des fünften Platzes geschaffen haben. Wir werden daran gemessen, an unseren Highlights, wir werden an der Bilanz gegen Bayern München gemessen, weil es uns als einziges Team gelungen ist, eine positive Bilanz bis letzte Woche gegen Bayern München zu haben. Wir werden an dem gemessen, dass wir in den letzten drei Jahren uns getraut haben, jeden übermächtigen Gegner zu schlagen, jeden. Wir haben jede Mannschaft mindestens einmal in der Liga geschlagen. Und daran werden wir immer noch gemessen. Und es ist eine Ehre, es ist, glaube ich, gar nicht bösartig gemeint. Es ist eigentlich eine Ehre, dass wir daran gemessen sind. Es soll eine Wertschätzung sein, aber es fühlt sich aktuell in der Situation zwischen von mir und der Mannschaft fühlt es sich wie eine Bürde an, die wir nach wie vor zu tragen haben. Was wertschätzend gemeint ist, begleitet uns als Bürde, als schwerer Rucksack und das Umfeld und damit auch meine Spieler können sehr schwer vergessen, dass das vorbei ist und auch eine andere Mannschaft in einer anderen Situation geleistet hat. Und deshalb vielleicht zum Schluss eine provokante Frage, eine provokante These. Vielleicht ist den Erfolg zu vergessen, den herausragenden, überraschenden Erfolg, vielleicht sogar wichtiger, als Misserfolg zu vergessen. Das finde ich immer eine These, die ich so hinterher spüre, weil wir das so fühlen.